Dann können Sie jetzt dringend tauschen. Die haben jetzt tatsächlich den Eiffel gegessen. Ich sag doch Proforma. Das ist im Material seine Sache. Wir leben ja nicht zusammen. Was willst du eigentlich von mir? Der Mangold ist ihr Mann, nicht ich. You're a good man. Einfach heiraten. Und die eigene Mutter muss es für jemand anderem gehören. Rissenschatz, Zäh, Risse, Bar, Schwarz und Netto auf die Kralle, dann gehört die Frau deinen. Hey, geht's noch? Überkommst du denn die Stützli schon noch, Schätzli? Ist ihr mal da, Stadtpolizei? Ich bin auch noch ein Job für mich. Sexkontrolle. Wir haben da noch etwas offen. Da hast du die Art Wand schmieren, du Sau! Was ist denn da? Sie hat vielleicht ihr gefragt. Ausländerkontrolle. Ich habe den Namen vergessen. Ja, soll sie später noch mal vorbeikommen? Später ist sie auch nicht da. Sie will doch mindestens einen Monat zusammen wohnen. Wenn er richtig sieht man. Also, das kommt nicht in Frage. Monat, Monat. Komm, Leo, mach kein Seich. Meinen Sie, wir verhaftet irgendjemand in irgendeiner Wohnung? Aus mit der Sprache! Holst du mich nicht drauf? Leo, Sonnyboy. Der neue Film von Rolf Lissi. Eine Geschichte über Freundschaft, Ski-Ehe, Erpressung und Liebe. Ja. Au�� Ich SWISS TXT